In my mind Toll. Hallo? Sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Das ist die Nichte einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Nadja. Kommst du nicht mit? Nein, wirklich, die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. So ein Arschloch, ich bin so ein Arschloch. Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise das ist ein Manuskript. Der Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu hauen. Darf ich es mal lesen? Auf keinen Fall. Also verstehe mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung, ein blöder Kommentar. Schon gut. Ich habe es verstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch. Nadja Stecher ist Bademeister. Echt jetzt? Willst du mir, dass der der letzte Nacht für hier war? Nee. Riech mal. Riech mal. Nett, die Nadja. Nett, die Nadja. Das macht sich Sorgen. Darüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche! 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 Das Asche!